Ein vollautomatisches Energiegewehr Da fehlt so eine Gleitfunktion teilweise Gott! Gott was lege ich dir an? Ich will das nicht anlegen Ich will das anlegen Wo ist denn der gelbe Mone? Na, raus oder not? Na so, sag mal Du musst schon hinschauen wenn ich sag Ja ich bin jetzt da wo du gesagt hast Da drinnen Ja das ist aber die grüne Was? Na das ist kein Heavy Mone, das ist Energy Mone Ja, wie die Gerwe, nicht die grüne Ja die gelbe ist doch Energy Die grüne ist Heavy, die gelbe ist Energy Die grüne ist Energy, die blaue ist Heavy Die grüne ist Heavy, ich habe eine Heavy Waffe und ich habe Energy Ammo Na die türkise ist Ich glaube der Martin ist vornblind Die türkise ist Heavy Heavy und die grüne ist Energy Weil ich habe gerade eine Energy Waffe Alter, du willst mir doch nicht wirklich sagen, dass das grün ist Das türkise Die andere Ja, türkise lass ich mir vielleicht noch einreden Aber das ist doch nicht einmal annähernd grün Das ist Geld Ja sicher Was ist mit dir? Was ist mit dir? Warst du bei der Stellung? Ist jetzt vornblind Haben sie da gesagt, dass du vornblind bist? Warst du beim Bundesheer? Na aber ja, natürlich war ich bei der Stellung und nein, ich bin nicht vornblind Ich mache ein Screenshot und dann schaue ich mir das in Photoshop an Ja Und dann schaue ich mir das in Photoshop an Ein paar Sekunden später Ich gehe mit dir alles wetten, dass da mehr gelb drin ist als grün Es ist schon ein grünliches Gelb, aber es ist trotzdem gelb Ich glaube es ist grün 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 Bauen wir einmal an Knobdown Shield Rucksack Erweiterung Ich springe da wieder runter Mit Leerdassen kannst du abspringen während dem Fliegen Ja, inzwischen habe ich es schon gecheckt Ich habe das immer aber gerade noch beschäftigt Mit blauer und grüner Muni unterscheiden Du meinst gelb Ja, ich bin mir doch nicht so ganz sicher, was die Farben das sind Ich schon? Ja Jetzt habt ihr sich viel unter anderem angebracht Jetzt weiß ich nicht, was da was ist Jetzt weiß ich nicht, welche Muni gebraucht Heavy ist grün mit einem leichter Kissen Touch Der Scherzi heißt Die ist eine grün Die ist du Kies Die hat mein Schmuck gezündet Das ist neiner Nein, das ist neiner Wohin gehen wir eigentlich? Manni Kannst du nicht so scheiß machen Du erschrecken Ball ist aus Blu ist aus Buuuuum Brrrr Die letzte Runde vor der bin ich ja bei den Potz gelandet und war doch so chillig. Ja geil, Potz, ich lute mir ein bisschen. Auf einmal sind da drei Leute neben mir gestanden. Und deswegen war ich ja so verwirrt. Vor allem, als ich gesagt hab's da wirklich keiner. Das hab ich ja mega fertig gemacht. Da war ich doch so einer wollte mich komplett verarschen. Und dann habt sie mich auch noch ein Lachl aus und dann hat sie die Potz nicht gelutet. Und dann hab ich echt gedacht, Alter, was tat sie? Das war das, was mich so harko verwirrt war. Ach, chill! Kranker Mann! Das sind doch von den Dicken, war ja so lustig. Ei, ei, ei! Vielleicht sollte man das auf dem Martin rumhacken. Der hat gar kein Gefühl, dass er krank ist. Wann das so witzig auch hört. Der hat ein Zeitpunkt. ARD Text im Auftrag von Funk